Die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland geht in ihre entscheidende Phase. Zum 1. Juli dürfen die sogenannten Cannabis-Clubs eine Betriebsgenehmigung beantragen. Damit rücken sie dem Ziel, ihre Mitglieder mit selbstangebautem Gras zu versorgen, einen Schritt näher. Der Münchner Cannabis-Club Cantura steht in den Startlöchern. Wir werden jetzt sehr zeitnah unseren Antrag stellen. Die Behörden haben bis zu drei Monate, um diesen Antrag zu bearbeiten. Das heißt, dann reden wir irgendwie sowas wie Oktober und wir brauchen etwa von unseren Stecklingen bis zu erntefähigen Cannabis-Materiell etwa acht Wochen. Das bedeutet, wenn alles gut geht und die Behörden uns da hoffentlich die Genehmigungszeiten ausstellen, können wir noch in diesem Jahr Cannabis an unsere Mitglieder abgeben. Das wäre wunderschön. Derzeit bedient noch der Schwarzmarkt in Deutschland die Nachfrage nach Cannabis, obwohl die Droge seit 1. April teillegalisiert wurde. Mit der Gesetzesänderung will die Regierung nicht nur für einen besseren Kinder- und Jugendschutz sorgen, sondern auch die Qualität von Cannabis für Konsumenten verbessern. Die Regeln in Deutschland sind ziemlich strikt. Wir dürfen 500 Mitglieder aufnehmen in unserem Cantura Cannabis-Club und wir dürfen diese Mitglieder anbauen. Jedes Mitglied darf im Monat bis zu 50 Gramm Cannabis bei uns abholen und 25 Gramm pro Besuch. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte jüngst die Vorteile der Anbauvereinigungen. Aus seiner Sicht dürften sie langfristig dazu führen, dass Drogendealer arbeitslos würden.